Ja Leute, willkommen zurück bei PUBG New State. Das ist jetzt der letzte Versuch, im Trupp zu spielen. Wenn jetzt wieder irgendein Scheiß passiert, spiele ich nicht mehr im Trupp. Ist einfach so. Dann probiere ich es noch im Einzel. Ich meine, da kann nichts schief gehen, da bin nur ich. Da kann es höchstens sein, dass die Runden nicht so geil werden. Weil man vielleicht nicht so lange überlebt oder so, was weiß ich. Aber den Scheiß, das muss ich mir nicht geben. Ich gehe in dieses Spiel rein und der killt mich einfach. Und nach 8000 Minuten findet er auch mal ein Scheißspiel. Junge, so viel Warte- und Ladezeiten in dem Spiel. Gerade bin ich echt genervt davon, muss ich sagen. Schreibt mal eure Erfahrungen vielleicht in die Kommentare. Wir werden sehen, was passiert. Ob hier Leute reinkommen überhaupt. Ob wir dann noch vollzählig sind. Weil das Spiel macht ja auch einfach nicht voll. Dann ist man halt mal zu dritt oder zu zweit. Oder ist doch scheißegal. Boah, fällt doch alleine gegen alle, ja. Naja, wir werden sehen. Ich melde mich gleich. Wenn man sich schon im Vergleich diese Unterwasser-Animationen anguckt zu Call of Duty. Ich meine, was ist das hier? Ist das ein Witz oder was? Ja, es sind 100 Leute am Leben und wir sind zu dritt. Ja, also ich glaube, es gab bis jetzt kein Spiel, wo ich mit allen vier gestartet habe. Gab es nicht. So, wollen wir noch mal sehen, wo unser kleiner Freund uns hier hinführt, ne? So. Hier, Star Sonic, oder wie auch immer der Dude heißt, der springt erst mal gar nicht ab. Ähm, alles klar. Ah, der geht sonst wohin, zur Schule geht da alles klar. Da sollte er auch mal lieber hingehen. So. Jasnaya Suse, Jasnaya Bulliana. Ja, mal gucken. Wir bleiben mal bei ihm hier auf irgendeinem Hochhaus. Oder wir gehen, naja, von unten rein lieber. Wir wissen ja, auf dem Dach liegt nix. Ach, da hätte man auch so rein gekonnt. Na gut. So. Na, die Butze. Ja, auf ein fröhliches neues Spiel. Kein Loot hier. Nimm einfach mit, nimm einfach mit, Bruder. Nimm mit. Ne, so'n Revolver will ich nicht, Mann. Sind die nicht im Wilden Westen? Ne. Waren wir? Äh, hier drücken wir nicht. So. Patronengurt. Patronengurt. So. Was haben wir da? Ein bisschen Muni, aber nichts Tolles. Okay. Ich glaube, es war eine Pumpgun, oder? Ja. Die behalten wir wohl erst mal. Obwohl. Naja, doch. Was haben wir hier? So, das ist die, die wir jetzt schon haben, ne? Okay. Gegner. So. Freundchen. Boah. Kommt der da auf einmal um die Ecke, Mann. Alter. Fede. Bisschen erschrocken. Hm. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir jetzt nichts. Oh, ne, das wollte ich auch nicht. Äh, wir gehen aber mal runter. Und raus. Und in ein anderes Haus. Wo ist denn unser Freund? Der ist da hinten. Bis jetzt leben wir noch, Leute. Hey. Was für eine Wohltat. Was für ein super Spiel. Teamhead ist noch nicht auf die Idee gekommen, uns zu töten. Mensch. Machete haben wir gefunden. Oh, ja. Hier ist aber auch nichts. Okay, er ist jetzt drüben drinne. Dann geh ich mal hier ne. So, mach's ein bisschen Muni und ein bisschen Money. Gut. Gegner. So. War wahrscheinlich kein echter. Weil er stand einfach nur da doof rum. Moin. Okay. Ich weiß nicht, ob ich davon was mitnehmen sollte. Vielleicht nehme ich mal hier die S21 mit. Oh, yes. Okay. Nichts da. Wir bleiben mal dran. Auch auf die Gefallen, dass er uns tötet. Aber ich glaube, in dem Spiel tötet dich alles und jeder. Ob das jetzt freundliche Menschen sind hier. Teammates oder nicht. Das interessiert das Spiel gar nicht. So. Ne. Oh, daneben. So. Eine gute Waffe wäre jetzt nochmal ganz nice. Ne. Ja, ein paar Pillenchen. Und. Ich geh mal rüber. Oh, Gegner. Okay. Auf dem Boden liegen Geschossen oder was? Ist das die? Die zwei, ne? Danke für dein Loot. Du warst mir eine große Hilfe. Ich kann mal den Tulli hier anziehen. Ja. Okay. Der wollte sich hier so anschleichen. Ach, bitte. Guck mal. Der eine ist jetzt schon wieder. Der Sanic ist schon wieder AFK. Ey, Leute. Alter. Kick mich nicht. Okay. Äh. Schafft er alleine, ne? Oder haben wir nicht mitgekriegt, dass er draufgegangen ist? Ich weiß es nicht. Ich muss mich auffallen. Ich hab irgendwo eine Waffe liegen lassen. Ich hätte gerne mitgenommen. Hier nicht. Hä? Wo war das denn noch? War das hier? Ja. So, weiter geht's. Ich hab grad gewundert, was ist das für eine Kack-Waffe auf einmal. So, jetzt können wir weiterziehen. So, jetzt können wir weiterziehen. Also, zur Zeit passiert relativ wenig. Außer, dass unser übrig gebliebener Teammate gefühlt durch jedes Fenster springt, was es gibt in diesem... in diesem Spiel, oder in diesem Dorf. Da ist er doch schon wieder. Ja, ich würd' sagen, wir gehen mal Richtung Zone. Boah, was? Boah, der das ist halt der Nitzel. So, auf geht's, Brudy. Ja, was hat der vor? Warum? Wenn sowas passiert, kriegt schon Angst, ne? Und ich versteh' kein Wort, was er sagt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er, dass ich was markiere. Keine Ahnung. Ich kann kein Kyrillisch, Russisch... Äh, es ist, glaube ich, dasselbe, aber egal. Ich kann nicht. Okay. Oh. Du? Mhm. Äh, muss das, ne? Dich nur gefunden. Oh, Alter. Wow, 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 wow. Das Wort eliminiert. Der Bomben... Naja. Wir nehmen Udika. Können wir geil sein. Was hat er jetzt für eins drauf gehabt? Nee. Und da nehmen wir dann das mal acht mit. Nicht genug Platz, sagt er mir. Weg. Nicht genug. Haben wir das jetzt mitgenommen? Hat er das jetzt mitgenommen? Spiel, hast du das mal acht mitgenommen? Wenn ja, wo ist? Da, auf die K. So. Oh, oh. Schon fast unangenehm, so weit zoomen zu können. Mensch. So, Energy Ring. Und dann müssen wir bald auf zur Zone. Okay. Ja. So, dann sollten wir uns gleich mal aufmachen. Vielleicht kommt unser kyrillischer Freund auch auf die Idee, mal hier von dem Höhlenort wegzufahren. Äh, wäre ganz... ...nett. Wo ist denn ein Auto? Ja. So, let's go. Wir wollen zum Prism. Eine Markierung. Ja, wir fahren so nach. Ach, viel. Geil. Geil. Na, toll. Okay. Komm, wir laufen, Brudi. Komm. Brauchst du nicht in die Luft sprengen? Oder mach's, wenn du willst. Geil. Das ist so krass. Hier kann man doch was schreiben, oder? Alright. Ist der drinne? Jo. So, ich will bis zum Zonenrand kommen. Also, wir kommen bis zum Zonenrand und dann muss ich mal weiter gucken. Also, ich fahr nochmal ein bisschen rein. Vielleicht ein bisschen links drin. Ah, ich weiß auch nicht. Und dann nimmt sie erstmal einen schönen Energy, ne? Habe ich doch genau gehört, wie er die Dose aufgemacht hat. So. Wie sieht er da? Ich fahr jetzt einfach mal so mitten rein. Okay, mal sehen, was uns hier erwartet. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Äh. War aber nicht so. Okay. Okay, ein bisschen money. War er das? Bin mir nicht sicher. Ich hab immer Angst hier, dass da ja rechts einer an der Baustelle ist, ne? Oh, das ist aber mal ein Megascope. Okay. Wo denn? Ich sehe niemanden. Der zählt nach da. Kommt irgendwo einer? Hier unten? Zack. War das mein Kind oder war das seiner? Hat er nicht gemacht, oder? Auf jeden Fall Headshot. Ja, ein bisschen money einsammeln. Nice one, nice one. Bruder. Okay, komm, wir folgen ihm mal. Vielleicht weiß er ja, was er tut. Bis jetzt. Teammate, Glück. 50-50. Einer lebt. Und er hat uns auch noch überleben lassen. Einer ist natürlich gequittet. Ist doch logisch. Keine Verbindung oder kein Bock mehr. Und der vierte war gar nicht erst im Spiel. Auch nice. Mega. Feier ich ja super. Also, naja. Oh, da liegt ne... Da liegt ne... Da liegt ne Dingfunks zum Looten. Ne Lootbox. Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt muss ich in irgendeine Falle reinlaufen. Wie kann ich das markieren? Check my mark. Check my mark. Check my mark. Check my mark. Okay, den Treff ich nicht. Check my mark. Check my mark. Yo, was? Oh, nochmal. Leute. Habt ihr das gesehen? Ach du Heiliger, dass ich den noch treffe. Oh, wow. What the fuck? Wo? Wo? Jetzt werden wir weggeholt, oder was? Ja, schade. 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 Schade, 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 schade. Trotzdem, der Sniper Shot, der hat's schon rausgerissen, Leute. Wow, mega Die waren genau bei ihm 2, 1 0 Mega, Leute Fünfter Platz, scheißegal Der Kill war Unnormal Sehr schön Match natürlich Verlassen, was soll ich da jetzt zugucken Sehr schön Ich hoffe, euch hat es gefallen Wir versuchen es wohl noch mal Mit Squat Ich bin mir immer unsicher Vielleicht machen wir auch mal Solo Ich glaube, nächste Runde machen wir Solo Lasst euch überraschen, wie auch immer Schön, dass ihr dabei gewesen seid Vergesst mein Sniper Kill nicht Der wird auch auf TikTok kommen, ihr werdet sehen Und ja Bis zur nächsten Runde, haut rein